Moin Leute, hier ist euer Basics und willkommen im 100% Guide von Bully die Ehrenrunde. Im letzten Part haben wir ja das Kapitel 5 begonnen, somit haben wir hier alle Gebiete freigeschaltet und ich würde sagen, wir machen im heutigen Part mal alle Boxkämpfe. Vier Stück davon gibt's und den Boxcamp findet ihr hier, dort wo ich gerade bin. Dort findet ihr die Arena und nach 3 Uhr, also ab 3 Uhr nachmittags, steht euch hier die Challenge zur Verfügung und ich würde sagen, wir starten mit Boxherausforderung Nummer 1. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall hart, das kann man wohl sagen. Also mal gucken, wie die Steuerung so ist, der er kämpft. Okay, den haben wir schon mal, obwohl... Ja, schön, schön in der Decke. Okay, gut ausgewichen, Jimmy. Oh yeah. Am besten immer ausweichen. Wenn er dann schlagen will, schön es... Äh, äh. Oh, Spam, wollte ich schon sagen. Okay, der hat auf jeden Fall gegen uns keine Chance. Ah, Mist. Ah, Mist. Jetzt haben wir es abbekommen. Die Zeit ist um, okay. Weiter geht's mit Runde 2. Da ist aber schon sichtlich im Eimer. Okay, komm. Komm schon. So, und das war's für ihn jetzt. Bäm. Nein. Ja, ja. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir ihn. Sehr schön, Jimmy. Du hast gewonnen. Deine Schläge verursachen jetzt mehr Schaden. Und wir machen auch gleich weiter mit Boxerausforderung Nummer 2. Ah, das sieht schon etwas stärker aus. Jetzt kämpfen wir gegen Justin. Okay, komm. Oh, oh, oh. Da geht gleich aggressiv ran. Aber nix. Okay. Hat uns nichts entgegenzusetzen, weil... Der schlägt einmal und dann... Gibt er gleich seine Deckung auf. Ja. Junge, du kommst nicht gegen mich an. Vielleicht schaffen wir ihn sogar noch in der ersten Runde. Aber ich glaube, was nicht, ne? Ne. Aber wir haben ihn schon in der ersten Runde ganz schön gequält. Ja, Zeit ist rum. Ja, und der hat uns noch einen Schlag verpasst, oder was? Okay, komm, jetzt in der Runde machen wir ihn kalt. Er hat schon ganz schöne blaue Augen. Der Typ. So, wir lassen ihn zuerst drankommen. So. Bäm. Noch einen Schlag. Komm. Na los, Jimmy. Ah, du Idiot. Komm. Mist. Komm. Deckung. Jetzt aber. Bäm. Wieso ist er denn jetzt nochmal aufgestanden? Komm schon, jetzt in den letzten Sekunden. Nein. Die Zeit ist rum. Ach, Mann, 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 Mann. Ja, okay. Jetzt in der dritten Runde haben wir ihn. Ach, Mist. Jetzt hätte ich ausgleichen sollen. Ja, komm, jetzt schlack doch. Bäm. Und jetzt. Ciao. Deine Schläge verursachen jetzt mehr Schaden. Ja. Das heißt, wir werden im Nachkampf natürlich immer stärker und machen auch gleich weiter mit Boxhausforderung Nummer 3. Gegen Parker. So, gleich mal Entdeckung. Okay. Der hat jetzt gleich seine Entdeckung aufgegeben. Oh, 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 oh. Okay. Mist. Das war nur ein Schlag, leider. Mann. Sehr schön. Sehr schön, Jimmy. Okay. Okay, 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 okay. Also in Runde 1 sind wir aber bei ihm schon weit gekommen. Er ist schon mal im roten Bereich. Jetzt ist es zwar wieder gelb, aber naja. Ein blaues Auge hat er zumindest. Ah, jetzt haben wir voll abbekommen. Mist. Sehr schön. Mist, 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 Mist. Mist. Deckung, Deckung, Deckung. Okay, ich muss weg vom... Ja, 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 ja. Nicht mal viele Schläge. Mist. Also auch in Runde 2 wird es mit ihm... Nix. Ah, jetzt hat er noch ordentlich ausgeteilt. Aber es ist immer noch im roten. Jetzt muss es aber klappen in der Runde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, noch eine Kombo. Jetzt, jetzt. So, und K.O. Schlag. BÄM. Deine Schläge verursachen jetzt mehr Schaden. Ja, wissen wir, wissen wir. Und gehen wir gleich weiter zur Boxerausforderung Nummer 4. Das müsste auch schon die letzte sein. Gegen wen fighten wir jetzt? Gegen Bryce. Das sieht aber jetzt gar nicht mal so stark aus. Aber es kann sich natürlich auch schnell täuschen. Auf jeden Fall hat er schön seine Deckung aufgegeben. Wichtig ist, es vor allem in der ersten Runde ordentlich Damage auszuteilen. Aber das schaffen wir. Oh. Das war... Da hat er... Ist er gut ausgewichen, aber jetzt... BÄM. Kommt, zumindest im roten Bereich will ich ihn haben. Sehr schön. Boah, sogar in der ersten Runde haben wir ihn platt gemacht. Und jetzt haben wir noch einen zufälligen Herausforderer. Also das war es schon mit den... 4, die wir machen müssen. Wir machen jetzt noch mal einen zufälligen. Damit wir auch mal das noch mal gemacht haben. Wir haben zwar jetzt noch mal Parker, aber vielleicht haben wir ihn noch mal in der ersten Runde. Oh, 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 oh. Komm. Mist. Los, komm schon, Jimmy. Erste Runde ist das Ziel. Ah, ist schon im roten. Zeit ist dumm. Oh, Mann. Ich hatte ihn doch gerade. Aber egal. Jetzt... Jetzt schaffen wir ihn. Das ist noch ein Treffer. Mist. Und Kill. So, und ab jetzt können wir halt nur noch Belohnungen in Form von Dollar sammeln. Das heißt, ihr seht's auch. Jetzt ist die Boxster-Ausforderung abgeschlossen. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten 100%-Guide. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao, euer BashX. Euer BashX.